Wir haben ein paar Neuigkeiten zu verkünden. Wir haben eine neue CD gemacht, die am 8. Juli, am 8.7. erscheinen wird. Es gibt ein paar schöne Videoclips dazu, im Internet zu sehen. Und wie könnte es anders sein? Wie soll die CD des Teufels heißen? Schreib es mit Blut! Und? Genau. Das war ja eine kleine Frau. Das hat doch... Das hat doch... Aha, das hat doch... Immer aufzahlen. Genau. Genau. Das war's. Untertitelung. BR 2018 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 Das nächste Stücklein.